Exoflow ist eine digitale Dentaleinheit mit Arbeitsablaufführung und Dental-Apps, die entwickelt wurde, um Fachleuten zu helfen, außergewöhnliche Zahnmedizin zu praktizieren. Das Gerät ist mit neuartigen Elementen ausgestattet, die es in der Zahnmedizin bisher nicht gab. Das Dashboard, eine berührungsaktivierte grafische Benutzeroberfläche für Zahnarzt und Assistenz, integriert in die Instrumentenbrücke und der Navigator, ein aktiver Bildschirm mit Dental-Apps.